Sie sind hier, 8. Dezember 2018, 22.38 Uhr, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Lionel Messi zirkelte zwei Freistöße in die Maschenurheberrecht, Getty Images, ein Lionel Messi in Galaform hat dem FC Barcelona einen unerwartet hohen Sieg bei Lokalrivale Espanyol beschert. Der Superstar traf zweimal per Freistoß in den Winkel. Der FC Barcelona bleibt in der spanischen La Liga das Maß der Dinge, die Elf von Trainer Ernesto Valverde setzte sich im Barcelona-Derby bei Espanyol mit 4 zu 0 durch. Messi zirkelte zwei Freistöße in den Winkel, 17., 65., die anderen beiden Treffer erzielten aus Mane Dembele, 26., und Luis Suárez, 45., durch den neunten Saisonsieg erhöhte Barca den Abstand vor den beiden Verfolgern Atletico Madrid und FC Sevilla, 1 zu 1 in Valencia, auf drei Punkte. Mugda Diakabi, 90., 3., gelich für die Gastgeber die Führung durch Pablo Sarabia, 55., spät aus. Borussia Dortmunds Champions League Gruppengegner Atletico Madrid löste seine Aufgabe dagegen souverän. Das Team von Diego Simeone gewann gegen Deportivo Alavis 3 zu 0, Nicolas Kalinic, 25., der französische Weltmeister Antoine Griezmann, 82., und Rodrigo, 87., trafen für Atletico, Anzeige der ZN Gratis testen und internationalen Fußball-Live. Untertitelung des ZDF für funk, 2017